Ja, so hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings zu einem neuen Video, ein neues Liebestarot. Doch könnte man es so nennen. Es geht um den Menschen, den du eigentlich über alles lieben solltest, nämlich um dich selber. Und deswegen wäre ich froh, wenn du auch heute in diesem Video mal dran bleibst, nicht abschaltest, weil du sagst, ach, jetzt geht es ja gar nicht darum, wo mein Wunschpartner ist oder was mein Wunschpartner gerade so tut. Und das nehmen wir bestimmt auch mit rein in der Legung. Aber wir schauen mal, was ist denn gut für dich? Jetzt auch gerade am Wochenende ist ja die Zeit, wo man so ein bisschen runterfahren kann, Pläne machen kann, Erkenntnisse haben kann. Und da ist es eben gut, mal ein paar Impulse und Energien mitzunehmen. Was ist denn da so gut und richtig und wichtig für dich, auch in Bezug auf dein Liebesthema? Na, dann möchte ich jetzt auch nochmal hier in der Mitgliedschaft begrüßen, die liebe Lydia, die Maike und die Solveig ist am Start. Also da nochmal herzlich willkommen in der Kanalmitgliedschaft. Ihr seid natürlich hier am Start. Ihr seid natürlich jetzt auch mit in der Müsli-Schüssel, weil sonntags gibt es ja immer das große Deck für die Kanalmitglieder. Und da machen wir nämlich auch Verlosungen. Das heißt, hier ist ja meine Müsli-Schüssel. Da kommt immer gleich der neue oder die neue Kanalmitgliederinnen hinein. Und dann kann es sein, dass du tolle Sachen gewinnst. Also dranbleiben, einschalten, Sonntag ist es dann soweit. Ja, und wir schauen jetzt mal in die Energien hinein. Was gibt es denn da so Schönes zu sehen rund um dich und was kannst du dir Gutes tun? Und bin mir ganz sicher, dass wir da auch Hinweise bekommen in Bezug auf dein Liebesthema. Na, wenn es dir eh gerade nicht so gut geht. Und da kam ja auch jetzt die Frage, glaube ich, in den Kommentaren auf, ob ich auch so Beratungsgespräche oder Coaching oder wie du das gerne nennen möchtest, mache ohne Kartenlegen. Also, ja, Seelsorge, Dasein, Reden, Unterstützen, natürlich mache ich das auch. Ich habe ja auch die nötigen Voraussetzungen dafür, um dir zu helfen und um dich zu unterstützen. Da, wenn du sagst, ich brauche da keine Karten, möchte einfach mal mit jemandem reden, wie der das so sieht, ein Außenstehender, na, sehr, sehr gerne jederzeit. Na, kannst du auch auf meiner Homepage gucken. Das Telefon-Reading ist natürlich dann auch was, was man ohne Karten machen kann. Aber wir schauen jetzt mal rum, was ist denn da gerade so bei dir zu sehen. Also, da haben wir jetzt als erstes mal, geht schon schön los. Die Siebenkelche ist eigentlich für mich eine schöne Karte. Da geht es eigentlich um Fantasie, Schwärmerei und Illusionen. Na, das ist aber eigentlich für mich etwas, wenn es jetzt nur ganz persönlich um dich selbst geht, wo ich sage, da darfst du schon für dich nur das Beste und zwar alles erwarten. Na, nicht dich immer hergeben, nicht immer, ja, dich vielleicht aufgeben auch für jemanden oder mit deinen Gedanken, mit deiner Energie den ganzen Tag bei jemandem sein, sondern auch mal für dich sagen, okay, ich habe nur das Beste verdient. Und habe ich denn gerade in meiner Situation, in der Liebe, jetzt hier das Beste oder habe ich hier irgendwie was, wo es schwierig ist, habe ich irgendwie was, wo ich mich aufreibe, wo ich mich hergebe, wo ich mir vielleicht auch gar nicht mehr ich selber bin, wo ich nur am Tun oder Machen bin, ja, dann läuft hier irgendetwas schief. Also, deine Energie fürs Wochenende, da geht es schon mal los. Hier, die sieben Kirche, alles wollen und zwar für dich selber, alles wollen, was dir natürlich auch gut tut und was dich auch zufrieden macht. Hier haben wir mal die neuen Kirche, ja, neuen Kirche, da geht es schon auch ein bisschen um Stolz und Selbstgefälligkeit sein, ist aber da nicht das Thema. Hier geht es auch um zufrieden sein. Du darfst immer eins nicht vergessen, bei allen Themen, jetzt gerade vielleicht auch in der Liebe, bist du mit dir selber und bist du mit dem Weg, den du gehst, jetzt vorzugsweise auch in der Liebe zufrieden oder auch hier, wo du sagst, nee, könnte eigentlich besser sein, weil ich sage immer wieder, man ist nicht auf der Welt, um es jedem recht zu machen. Du bist eigentlich auf der Welt, um es dir leicht zu machen und zu schauen, ist mein Weg, den ich gehe, ein leichter oder verheize ich mich hier gerade irgendwo an irgendeiner Stelle, dann musst du auch mal was tun. Denn die Königin der Stäbe, das bist natürlich auch du, das ist die Karte für Lebensfreude. Also das heißt, du musst auch mal nachdenken, wann hast du denn das letzte Mal wieder so richtig herzhaft gelacht, wann hast du denn das letzte Mal aus vollem Hals gelacht, bis dir der Bauch weh getan hat, hast Spaß gehabt, Freude, warst im Hier und Jetzt unterwegs, warst mit allem rund um dich herum zufrieden. Wenn das schon ein bisschen länger her ist, dann darfst du hier auch jetzt wieder die Verantwortung für dein eigenes Leben übernehmen und sagen, nee, ich habe mich jetzt lang genug angestrengt getan, gemacht für jemanden um mich herum, für eine Situation mit einem Menschen, in der ich jetzt vielleicht auch schon zu lange drin war, da darf ich auch mal sagen, jetzt ist mein Schluss, jetzt bin ich mal wieder dran, denn die wahre Liebe, die darfst du auch haben für dich selber. Also du darfst auch sagen, hier genau, wenn ich es mir mal von oben anschaue, was in meinem Leben gerade ist, ist hier gerade irgendwo Unklarheit in meinem Leben. Der Turm, Rückzug, Trennung, Einsamkeit, vielleicht auch so ein bisschen mental, wo du sagst, ja, da könnte es mir auch schon besser gehen. Also verschaff dir hier Klarheit, indem du mal auch das ein oder andere Thema um dich herum anschaust. Ich nehme jetzt einfach mal wieder den Wunschpartner her, kann natürlich auch was anderes sein, was es dir im Leben gerade schwer macht. Und da darfst auch du mal sagen, gut, ich ziehe mich jetzt auch mal zurück. Ich gehe jetzt auch mal in den Turm hinein und mache die Tür hinter mir zu und sage, du Thema, du raubst mir den letzten Nerv, ja, ich will von dir gar nichts mehr wissen, weil ich entscheide mich jetzt, den leichten Weg im Leben zu gehen. Ich muss es mir nicht schwer machen, ja. Ich muss nicht hier schauen, dass ich ständig irgendwie auf der Stelle trete, dass ich nicht vorwärts komme. Der zeigt ja auch hier an der Stelle die Sense auf die Schildkröte und die Schnecke. Das sind für mich zwei Karten, wo man im Leben merkt, okay, da komme ich irgendwie nicht wirklich vorwärts. Oder ich komme nicht so vorwärts, wie ich es mir vorstelle. Da zeigt dann an der Stelle eben auch schon die Sense drauf. Und die Sense, ja, was macht die denn? Die beendet Dinge. Also hier auch mal schauen, wo komme ich langsam vorwärts oder wo komme ich nicht so schnell vorwärts, wie ich mir das vorstelle. Da darf ich auch dafür sorgen, dass es hier eine positive Veränderung gibt an der Stelle. Reiter, gute Nachrichten. Ich darf mal schauen. Ich bin jetzt hier die Königin der Stäbe. Ich kümmere mich um mich selber. Ich möchte für mich in meinem Leben alles haben. Ich möchte zufrieden sein. Das ist dein gutes Recht. Und dafür darfst auch du mal ein Kapitel schließen, dass es dir gut geht. Also wenn du gerade in einer Situation bist und sagst, ja, ich trete da tatsächlich auf der Stelle im Job, privat, im sozialen Umfeld oder in der Liebe, dann darfst du auf jeden Fall hier am Wochenende dir mal Gedanken machen und sagen, ich kann zum Beispiel jetzt mit dem Wunschpartner gerade nichts erreichen. Momentan ist hier irgendwie Stillstand da. Das bedeutet in dem Augenblick für mich, ich darf mich um mich selber kümmern. Weil man kann ja jetzt da momentan nichts ändern. Die Dinge sind so, wie sie sind. Und von daher tue ich mir mal Gutes. Ich will zufrieden sein. Ich will alles haben, was mich glücklich macht. Und das möchte ich vorzugsweise auch für mich selbst kreieren. Denn so, okay, da spielt gleich wieder mein kleiner Monk, wenn da Karten-Saltos schlagen. Eine brauchen wir noch. Schon wieder. So, okay. Ja, im nächsten geht es hier irgendwie ums Festhalten. Das sind die vier der Münzen. Für Münzen geht es schon so ein bisschen darum, dass jemand oder dass du vielleicht etwas nicht loslassen kannst. Da geht es auch um Besitz. Da geht es um Stabilität und Sicherheit. Also ich glaube mal, dass du hier auch mal schauen darfst, an was hänge ich denn da dran? Das ist immer so ein Thema, wenn du merkst, oh, mir geht es momentan nicht so gut. Darf man auch mal schauen, an was oder an wem hänge ich denn dran? An wem hänge ich denn fest? Und wo komme ich da vielleicht nicht weiter? Weil viel zu oft ist man halt im Alltagstrott und merkt gar nicht so wirklich, wo man energetisch überall dran festhängt. Vielleicht ist es tatsächlich ein Mensch in deinem Leben, wo du sagst, ja, ich gehöre doch zu ihm und er gehört doch zu mir. Aber irgendwie mag es die ganze Zeit nicht funktionieren. Vielleicht gibt es da Beeinflussung von draußen. Vielleicht gibt es da Hürden, Schwierigkeiten, Blockaden. Vielleicht gibt es da Unklarheiten. Da will das Glück einfach nicht Einzug halten und du hängst und kämpfst die ganze Zeit darum, dass da etwas passiert und verlierst eigentlich den Blick für das Schöne, den Blick für das Neue und eben auch den Blick für etwas anderes im Leben, wenn du an etwas festhältst, was hier einfach nicht entstehen möchte. Na, hier nochmal, Astia Stäbe, ja, da geht es dann auch darum, mal was zu riskieren und die, ja, Initiative zu ergreifen. Da geht es auch um die Chance zur Selbstentfaltung. Und dich selber zu entfalten ist ganz, ganz wichtig und auch festzustellen und zu erkennen, okay, alles klar, ich bin jetzt hier in einer Situation, wo ich mich die ganze Zeit einfach nur im Kreis drehe. Und das selbst zu merken ist gar nicht mal so einfach, weil je länger und je länger du schon an jemandem festhältst, ja, je länger du da drin steckst in dem Thema, umso weniger merkst du, wie lang du da eigentlich schon dran hängst oder an diesem Thema festhängst, ja. Das ist einfach so, man merkt es mit der Zeit einfach selber gar nicht mehr. Ja, deswegen ist das Reading hier und heute vielleicht auch so ein kleiner Wachrüttler, wo man sagt, schau mal genauer hin, ja, ist vielleicht hier gerade bei dir im Leben, jetzt in der Liebe zum Beispiel, ein Richtungswechsel nötig, dass du mal einen anderen Weg gehst, ne, weil hier haben wir ja auch noch das Schiff und das geöffnete Buch. Mal schauen und sagen, okay, da habe ich ja so ein lustiges Bild, wenn es jetzt hier um einen Mann geht, guck mal, tschüss, war kacke mit dir, na, ich bin dann mal weg. Es gibt auch schönere Momente im Leben, wo man sagt, da gibt es auch andere Menschen im Leben, mit denen ich ja meine Lebensreise fortsetzen kann, weil hier haben wir auch noch das Schiff, das auf ein neues Kapitel in deinem Leben zuführt. Also darfst nicht vergessen, das Leben ist schön, das Leben hat viele, viele schöne Momente für dich, ja, die du nicht wahrnimmst, weil du vielleicht in einem Thema so fixiert bist, dass du gar nicht mehr merkst, wie sehr du da dran bist und wie sehr du dich dadurch vor den schönen Momenten des Lebens eigentlich verschließt. Na, hier, da geht es auch nochmal darum zu schauen, ja, die Ruten, das ist der innere Konflikt und das ist auch die Unzufriedenheit, ne, wenn man eine Anhaftung an jemanden hat, mit dem es nicht vorwärts geht, das ist der Hund, da geht es hier mit den Ruten darum, dass du zunehmend in die Unzufriedenheit reinkommst. Irgendwann sagst du, ne, kann mich vielleicht langsam selber nicht mehr leiden, will nicht aus dem Haus, ne, hab keine Kraft, hab keine Energie, hab keinen Antrieb, ja, und diese Erkenntnis, die darf jetzt auch schon mal kommen, wenn du in der Situation bist und sagst, mit meinem Wunschpartner funktioniert einfach vorne und hinten nichts oder nichts so, wie ich es mir vorstelle, dass wir ja, ja, in Richtung Partnerschaft gehen, dass du vielleicht auch genauso viel bekommst von ihm, wie du ihm gibst, ne, also all die Dinge, die man sich in der Partnerschaft so vorstellt, wenn die faktisch gerade nicht da sind, dann darfst du ihn auch ins Wartezimmer setzen und darfst sagen, okay, wenn du mal mit dir selber klarkommst, was mich angeht, dann darfst du gerne kommen, wenn ich dann Single bin, ist es gut, und wenn ich dann einen Freund habe, ja, dann hast du eben Pech gehabt, ne, also diese Denke dann schon so ein bisschen mehr in die Selbstliebe reinzukommen und zu sagen, gut, soll jetzt vielleicht nicht sein, akzeptiere ich so, das Leben hat etwas anderes mit mir vor, na, so, dann schauen wir mal, was wir da noch haben, schön, vier Stäbe, das ist ja auch die Glückskarte, also für dich selber in dein eigenes Glück zu kommen, sage ich ja auch immer gerne mal, ist schon viel, viel mehr wert, als, dass du immer schaust, ich bin jetzt nicht glücklich wegen dem, mir geht es jetzt schlecht wegen der, wegen der Situation bin ich jetzt nicht gut drauf, also in draußen immer zu schauen, was ist denn da so um mich herum los, deswegen bin ich jetzt gut oder nicht gut drauf, das ist etwas, ein wackeliges, kleines Glück, deswegen das wahre Glück, das erschafft man sich ja selber, ne, das kommt von innen, mit dem Ast der Münzen, vielleicht jetzt hier auch noch so eine Karte, wo ich sage, da ist die Chance auf Glück und Liebe da, ja, da ist auch Wohlstand in Bezug aufs Glücklichsein, Wohlfühlen, na, wo ich oben gesagt habe, wann hast du denn da das letzte Mal so richtig herzhaft gelacht, mit den 10 Münzen auch noch eine Karte, wo ich sage, da ist auch die Zufriedenheit, ja, die Zufriedenheit in der Liebe, die Zufriedenheit im Glück, ja, die kannst du dir selbst erschaffen, also wenn du eines Tages mal in dem Zustand bist oder so weit gekommen bist und sagst, ich gehe jetzt aus dem Haus und ich brauche niemanden, damit es mir gut geht und ich brauche auch niemanden, um glücklich zu sein, dann hast du eine ganz, ganz, ganz hohe Stufe der Leichtigkeit erreicht, na, da kann man hinkommen, ne, wenn man sich immer wieder sagt, okay, ich brauche nichts und ich brauche auch niemanden, damit es mir gut geht, um Gottes Willen, das kann ich auch selber machen, das ist die höchste Stufe der Leichtigkeit, da kann man hinkommen, so wie ich, also ich bin auch noch nicht so ganz da, aber, na, ich arbeite auch immer ein bisschen an mir, ne, dass man immer sagt, ja, was schaue ich denn eigentlich immer drauf, ob jemand bei mir ist oder nicht, ne, ob ich jetzt happy bin wegen irgendwas oder nicht, dann immer wieder bei sich zu sein, ich glaube mal, dieses im Kreis drehen bei dir rund um einen Menschen, ähm, mit dem es vielleicht nicht klappen will, das darf jetzt auch mal zu Ende gehen, du wirst jetzt auch mal sehen mit dem Sarge, da geht auch etwas zu Ende und auch dieses sture an jemanden denken darf mal zu Ende gehen, du wirst sehen, dass vielleicht auch dein Wunschpartner an der Stelle dann schon sagt, hey, Moment mal, was ist denn mit der los, ne, die ist ja jetzt auf einmal ganz anders drauf, ähm, die rennt mir ja vielleicht auch gar nicht mehr hinterher, was ist denn da los, äh, ich bin vielleicht nicht mehr interessant, jetzt muss ich mich auch mal bei ihr melden, ne, und dann haben wir hier auch noch schöne Kombinationen, zum einen hier die Maske, dass es ja zwei Gesichter haben, ne, das heißt, ähm, die Maske, hinter der du dich da vielleicht versteckt hast und dich da von dem Gedanken versteckt hast, okay, ich bemühe mich da um was, was gerade nicht funktionieren will, ne, der Fuchs sagt, sei schlau, nimm auch du mal deine eigene Maske ab, damit hier, ähm, ja, eine Lösung für dich kommen kann, dass hier was, dass quasi der Knoten platzt und auch du mal für dich selber ein Kapitel schließen darfst, ne, ja, ähm, das dich vielleicht die ganze letzte Zeit sehr belastet hat, ne, das dich, ähm, beschäftigt hat, wo du gesagt hast, ja, meine Gedanken, die drehen sich immer und immer wieder um das eine Thema, die Gedanken drehen sich immer wieder um den gleichen Menschen, aber jetzt vielleicht mit Hilfe von diesem Video, mit diesem Reading, dass ich dich ein bisschen wachgerüttelt habe, dass du sagst, ja, das stimmt, ich komme gerade bei diesem Menschen nicht weiter, der hat sich zurückgezogen, der hat mich blockiert, ähm, der hat, der ghostet mich, ja, ich komme auch hier gerade gar nicht ran, bringt mir also jetzt momentan gar nichts, meine Energie da reinzuschmeißen, weil hier nichts zurückkommt. Was machen wir also? Wir nehmen mal unsere Energie und, ja, benutzen sie für uns selber, ne, weil du früh aufwachst, hast du deine Energie und dann schütten wir die jetzt nicht auf den Wunschpartner, der eh gerade nicht da ist, sondern wir benutzen die für uns und überlegen uns mal, ja, ich möchte zufrieden sein, möchte happy sein, möchte glücklich sein, ich möchte Leichtigkeit haben, möchte auch mal wieder mit meinen Freundinnen raus und herzhaft lachen und einfach nur den Tag genießen, da wollen wir ja wieder hin, ne, da warst du vielleicht schon länger nicht mehr in so einem unbeschwerten, glücklichen, leichten Zustand, wo du das jetzt genossen hast und das ist ja das, was man im Leben möchte und nicht Kopfkino haben rund um jemanden, der gerade eh nicht da ist, ne, also von daher hoffe, ich habe dir ein paar gute Impulse mitgegeben, der Weg zur Liebe, ja, der kommt aus dir und mit dir, nur mit dir und jetzt geht es ab in Richtung Selbstliebe und wer weiß, vielleicht merkt dein Gegenüber, dein Wunschpartner ja in der nächsten Zeit auch so, ja, was ist denn mit der jetzt los, die meldet sich gar nicht mehr, die schreibt nicht mehr oder ich erfahre durch Dritte, die hat ja ihren Spaß und genießt ihr Leben, ja, bin ich denn jetzt auf einmal uninteressant, da muss ich mich vielleicht mal melden, ne, also kann alles passieren, ne, lassen wir das mal so offen stehen, tu dir Gutes, genieß die Zeit, bleib gesund, sei lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video, ciao!